Wir sind hier im spektakulärsten Teil der Albula-Linie. Gleich einem Karussell überwindet der Zug in Spiraltunnel die Höhenmeter und überquert viermal die Talseite. Der Ausblick aus dem Fenster wird zum Verwirrspiel. Die Eröffnung des 5865 Meter langen Albula-Tunnels fand im Jahre 1903 statt. Der Tunnel ist mit 1823 Metern Scheitelhöhe der höchstgelegene Alpendurchstich. Jetzt sind wir in der most spektakulärsten Teil der Albula-Linie. Und die Sicht von der Fenster wird sehr wunderschön. Wie ein Karussell, die Tren dreht sich durch Spiraltunnel zu erreichen, um mehr Höhe zu verändern und um von einer Seite der Valle zu der anderen viermalen. Der Jahr 1903 sah die Öffnung der 5,865 Meter langen Albula-Tunnel. Der höchste Punkt der Tunnel ist auf 1,823 Meter über Seele. In Fakt, der höchste Gap in den Alpen. Das ist weniger Arbeit. Ja, das ist weniger Arbeit. Wir haben weniger Gäste. Jetzt sind wir in Wanderung. Ja, ja, wir können noch so eine Struktur machen. Aber das ist sicher. Ja, 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 aber das ist sicher. Da haben Sie alle angefangen mit einem Octubius, die wären ja okay gewesen. 20,7. Ja, dann haben wir zuerst gehört. Nächster Halt. Nächster Halt. Nächster Halt. Nächster Halt. Nächster Halt. Nächster Halt. Nächster Halt.